Geh doch einfach. Ja, geh ich jetzt auch. Ich geh jetzt in den Milita. Geh doch einfach. Ja. Wunder geschenkt. Ja, geh. Ja, ich bin jetzt weg. Tschüss. Ja, geh. Tschüss. Willst du mitkommen? Ich hab Angst alleine. Piep. Oh, Geist. Kriegst du garantiert. Das brutal ist aus. Ja, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hexcalibur. Mit dem McRing-Projekt und die Schnitten in meinem TS. Yay. Ja, moin und hallo und herzlich willkommen hier auf dem eFuck-Minecraft-Kanal. Mein Name ist eFan und mit dabei ist jemand von eFuck-Multimedia. Ja, hallo, ich bin's, der Chef. Oh, jetzt ist Nacht. Mhm. Aber ich bin in einer Mine. Hm, das ist blöd. Jetzt können wir uns nicht schlafen legen. Okay, erstmal Option, Video-Settings, erstmal Brightness ganz hoch, sonst sehen die Leute auf YouTube nix. Äh, wenn ich wüsste, wo der Spawn ist, es schneit gerade, cool. Hm, der Spawn müsste eigentlich da sein, wo Chefkoch ist. Ja, ich hoffe, ich bin in Richtung Spawn. Ja, wo dieses merkwürdige Dingens ist. Da ist so viel Eis. Und Wasser. Das war ganz am Anfang. Ja, du bist gut. Geben wir mal die Vornaden. Du kannst auch die ganz, ganz große Map anmachen und dann siehst du das doch, oder nicht? Ja, wo ist das? Ich, ich... Wenn du auf die großen... Der Spawn ist... Rechts... Rechts... Oben rechts von unserem... Moment, Spinne, 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 tot. Oh ja. So. Um mich fliegt Redstone herum. Super. Wo meinst du oben rechts? Ja, ganz oben rechts. In der Karte. Falls du nicht noch weiter nach rechts gelaufen bist. Also bei mir ist das oben rechts. Wow. Was ist das? Das war eine Fledermaus. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause, weil ich brauche Fackeln. Ich laufe gerade mit einem String in der Optik herum. Das gefällt mir total. Oh mein Gott. Ich sterbe! Okay. Oh mein Gott, da ist ein komischer Vogel. Ich bin wirklich da gekommen. Ich bin mit Angst. Jeff Koch? Hm? Du hast ja oben die, äh... Oh, Creeper. Äh, die Minimap. Kannst du mir die mal beschreiben, wie das da bei dir gerade aussieht? Na klar, Moment, hier ist gerade so ein Skelett-Vieh, was mich nicht öde. Ähm... Ob er es geschafft hat. Ja, wir spielen übrigens auf Hard. Nur so zur Info, Jeff Koch. Ähm, ja. Möchtest du eigentlich, dass du auch Jeff Koch genannt wirst? Oder deinen richtigen Namen? Ja, können doch ich machen. Nee, nee. Ist okay. Okay, das ist super. Ja, auf der Minimap sehe ich, äh, viel Eis. Okay. Und, äh... So ein riesenweißer Turm müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gleich tot. Na, das ist so ein weißer Turm von weitem. Oh, ich muss auch markiert haben. Bist du noch bei 0, 0, 0? Es gibt kein 0, 0, 0. Das läuft irgendwie anders. Ja, 0, 46, äh, 64, 0, irgendwie sowas. Ne, und minus... Minus 200... 160, 209, so. Was ist das, Y? Moment noch mal. Was? Wenn du M machst, äh, dann hast du ja... Groß im Web. Dann siehst du unten, wo dein Cursor sich grad befindet. Genau. Mein Gott, mich hat irgendwas... Weißt du gerade in der... Bist du gerade im Schnee? Nein! Ja, minus 205. Minus 205. Da. Ah, ich kämpf grad hier ein mysteriöses, böses Zombie. So, mitten in der Mitte eigentlich. Oh, Sternschnuppe. Hm. Da, da. Ich seh sie nicht. Ja, die ist zwei Meter vor mir aufgeschlagen. Ja, dann. Dann musst du sie einsammeln. Ähm, äh, hat Tripster nicht diese ganzen Fragmente dafür, damit wir dieses merkwürdige Ding bauen können? Boah, dieses Vieh hat mich mit einer Wassergranate abgeworfen. Richtig böser Schlingel. Geh jetzt mal zu meinem markierten Punkt. Lol. Irgendwo da oben ist es wie auch sein. Warum hab ich hier so unendete Sachen dabei? Wir sind kaum gelaufen vom Spawn aus. Kann das sein? Ja. Wir sind wirklich nicht viel gelaufen. Wie bitte? Cool, jetzt sind wir voll praktisch. Ich hab gedacht, wir werden viel. Noch eine Sternschnuppe. Ach nee, das ist der Regen. Nee, das ist eine Sternschnuppe. Der Regen ist laut, ja. Wie ist er meistens. Bei Sternschnuppen hörst du noch so ein Woosh. Ja, so ein mysteriöses. Und ich habe keine Lust auf Klausur. Ah, den Stark. Ähm, Chef Koch, du siehst doch wahrscheinlich den großen Turm, ne? Boah, ja. Ah, hier, da ist doch schon, Alter. Wo ist das Creeper? Boom. Boah, diese Creeper machen echt viel Schaden. Dafür, dass sie so klein und behindert sind. Okay, komm mit, komm mit. Jupp, jupp, jupp. Dum, 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 dum. Kannst du rennen? Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Weil ich jetzt mein Schwert kaputt. Das ist super optimal. Chef Koch, siehst du mich? Ja, steh dich. Komm, ich bin okay. Oh mein Gott. Seit wann machen diese ganzen Wesen so viel Schaden? Beziehungsweise, äh, wer ist denn jetzt hier vor mir? Wenn das der Horst ist, dann ist das der Malo. Ja, das bin ich. Ja, genau. Wenn das der High-Simon, als ich es ist, dann ist das der Evan. Ähm, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich total weit gelaufen bin. Äh, wir müssen ja irgendwie durch. Hm. Ja, Mann. Was seid ihr denn gerade? Ich bin auf dem Weg nach dem Wald. Ja, und ich bin gleich da. Ich bin gleich der Aschen-neter-Bäume-Wald. Ach da seid ihr. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Egal. Aua. Das ist ja gerade ein bisschen durch. Ich wurde, ich wurde geboxt. Sternschnuppe. Boah. Ich müsste zu euch geflogen sein, wie sich das angehört hat. Die Sternschnuppe ist... Ich hab die Sternschnuppe gehört, aber ich hab sie nicht gesehen. Ist von wem anders, keine Ahnung von wem es ist. Ich bin jetzt unter den Neter-Bäumen. Ähm, willst du in der schwitzigen Männer-WG wohnen oder wo wohnst du? Ja, ich glaub, aufgrund, dass er zu mir gehört, kommt er mal mit zu mir oder zu uns. Okay. Zu dir! Zu, nee, das ist Doppelparade. Schwitzige Männer-WG. Alter, wir hätten hier so übel viel gebaut. Wajau. Krasse Sache, ich da hier an. Boah. Hier ist ganz schön viel gebaut, ne? Hier müsste irgendwo auch was mit... Krass, Mann. Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, wir haben echt viel verpasst. Ach, moin. Moin, ja. Da ist der andere Mensch. Hier ist die schwitzige Männer-WG. Genau. Da drin. Wajau. Ich wurde wegen irgendetwas hochgeschleudert. Ich hab keine Ahnung, warum. Na, nehm ich mal meinen Eisenschrank mal noch mit. Okay. Wer hat hier das mit dem Marble gemacht? Sieht cool aus. Ich weiß zwar nicht, aber in Ordnung. Ach, moin Tobi, dann können wir uns ja gleich mal eine Runde schlafen legen. Hm. Ui. Der legt sich quer. Monster nearby. Nöbby. Ich lebe auf dem Dach, oder? Da, Monster. Ah! Oh, ein Villager. Ein böses Skelett. Nein. Aber ein Zombie-Villager. Nein, das wird mich töten. Alter, wie viel Leben hat das? Übel viel. Krass, was geht hier ab? Hat jemand mal ein Eisenschwert und so aufgesammelt? Ich hab alles von dir aufgesammelt, glaub ich. Tobi, weil wir hier beide so... Tobi, weil wir fliehen die ganze Zeit... Ja, ich weiß. Ich hab dieses behinderte Ding. Das gefällt mir nicht. Ich hab hier auch Magnet. Magnetrüstung. Warte mal. Es fliegt noch irgendwas um mich rum. Lass es mal schlafen gehen. Ach, es ist schon wieder Tag. Mist. Oder? Kann ich mich reinlegen? Ich lieg drin. Schnell. Ich hab gerade irgendeine komische Axt dann gesagt. Schlafen, Leute. Wir müssen schlafen. Wir müssen schlafen. Okay. Gut. So, Tobi, dann gib mir mal mein Zeug. Ich hab das. Ich leg dir das in die Kiste. Ja, vielen Dank. Ich hab hier die Eisenschaufel. Aber mehr hab ich nicht. Und hier die Kartoffel. Ich hab das gerade eben gesehen, weil es um mich rumgeflogen ist. Aber ich hab's. Ja, können wir ja Kartoffelpüree machen. Ich... Genau. Ein bisschen. Fritz, Haare, Friede, Axt. Das Ding hier. Warum hab ich Sternenstaub aufgesammelt? Wem gehört das? Diese komische Axt? Diese blaue? Mir nicht. Es kann sein, dass das Zombie, äh, das Skelett, die, ähm, gelingst hat. Meine. Die kannst du umsonst verzaubern. Richtig coole Sache. Echt? Mhm. Cool. Werde ich erstmal machen. Mit so viel wie ich will. Egal. Hat jemand noch ein Eisenschwert eingesammelt zufällig? Mhm. Ich hab ein... Ja, hier. Ich hab einen Nahkampfstachel. Aber mehr hab ich nicht. Da. Guck. Verdammt. Ey, legt jetzt, zeig mal in die Kiste hier vorne. Ja, klar, natürlich. Nein. Das ist sehr specklich mit eurer Rüstung. Hier. Das ist richtig cool, ey. Brauchst du noch einen Eisenhelm? Äh, ja, perfekt. Und irgendwie, ich hatte auch noch ein paar Fackeln dabei. Ähm, ich habe zufällig eine Melone gefunden. Dann hab ich wieder... Ja, perfekt. Vielen Dank. Warte mal. Jetzt brauche ich ein Feld und da baue ich Melonen an. Das liegt um eine Rüstung. Ich liebe Melonen. Warte mal. Das interessiert mich jetzt nicht, dass, ähm... Warte, bauen wir. Eisen. So. Jetzt wird das ja unsere persönliche Dinges-Farm. Ich habe mich bei irgendjemandem gehört. Das ist unheimlich. Aber okay. So, was habe ich denn noch? Ich habe so viel zum Bug kennen. Und ich habe Rüstung gefunden. So, wenn man das Ding umsonst zaubern kann, dann mache ich das doch mal eine Runde. Also ich glaube, dass es umsonst ist. Ah, cool. Vielleicht guck mal. Ich habe hier was zum Schlucken. Ähm. Wundergeschenkstüte der Finder bekommt den Stuff. Okay. Heißt das, ich darf mir das jetzt aus der Truhe rausnehmen? Wer hat mir gerade seine Eisenhacke zugeworfen? Ja, durchaus, ja. Wundergeschenkstüte der Finder bekommt den Stuff. Ich nehme das einfach mal so hin, als ob ich mir das nehmen darf, ne? Kannst du machen. Klar. Was war denn da drin? Ähm. Magic Essence, Blaze Rod, Darkness Exence, Sieve Boots, Gold, Gold, Lapis. Ganz viel Lapis. Dann Magic Essence, Blaze Rod, Magic Essence, Blaze Rod, Gold, Gold. Wie viel Gold ist da drin, Schatzbruch? Wie viel Gold war da drin? Hier. Ja, geil. Links darf das doch machen. Ich habe jetzt Sieve Boots. Was kann ich bei den Dingen machen? Ich glaube, mit dem bist du einfach nur übel schnell. Geil. Glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch nicht schneller bin. So, werte hier ein Verzauberungstable. Ich glaube, die. Hm? Die in dem dicken Haus. Ja, hier. Ganz, ganz großen Haus. So, ähm, was macht man denn? Effizienz macht man da rauf. Die sind Erfahrungsdinger. Warum sammelt die niemand ein? Keine Ahnung. Achso, ähm, wie heißt es, äh, Evan, du hast doch ein Star Piece, oder? Ah, scheiß nicht. Scheiß, was? Du hast doch gerade eben den Sternschnipp aufgesammelt, oder nicht? Ja. Du hast doch ein Star Piece. Ein Sternstück. Guck in meine, äh, Tour. Ja, hast du. Ich baue jetzt mal einen ultimativen Sternenblock. Ich glaube, das ist... Wie verzaubert man das jetzt, wenn ich das da reingepackt habe? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Star Stone. Muss man denn auf E drücken? Auf E drücke. Oh nein, es leckt. Egal. Und ich baue jetzt den Star Stone vor uns. Oh, das hat geklappt. Warte mal. Soll ich das denn wieder hinstellen? Ja, die Axt kann man wirklich, äh, verzaubern. Ich weiß, das ist dieses besondere Dingster-Boomster. Soll ich jetzt gerne wissen, wie viel Schaden die macht, weil ich hab da alles draufgehauen, was geht mit maximal Level. Relativ viel. Ich hab da Smite 5, Unbreaking 3, Fortune 3, Epic Cent 5, Magnetization 1, Soul Teaser 1, Blood Outtent, wie auch immer, und Afterlife 3. Nicht schlecht. Du hast aus deiner Axt ein Abfarmgerät und, äh, Munzenschnetzel teilgemacht. Bist du? Ja. Wirklich. Fuck auf Schwert. Ich glaube, so viel Schaden macht die gar nicht. Aber... Vogel, bleib hier. Stimmt, ich kann. Eine Axt macht nicht viel weniger Schaden als ein Schweres. Ich kann meinen Nacken im Stachel verzaubern. Uah. Scheiß Geist. Äh. Gerne, warte mal. Ich hab eine Idee. Stirb Vogel. Und wie viel Schaden? Wo ist der Gas? Ich hab jetzt zwei Schläge für einen Vogel gebraucht. Du hast gerade irgendwas von mir eingesammelt, glaube ich. Ja, das kannst du dir aber gerade nicht geben, sorry. Auf jeden Fall, ich baue uns jetzt hier, weil wir so cool sind, auf unserer schwitzigen Männer-WG. Guck mal. Was ist das? Was macht das? Das ist ein... Wo wir noch raufspringen? Das ist ein Star-Dings, der Boomster. Das ist total episch. Ich hole uns jetzt Pilze. Das besteht aus 9. Ups. Ich bin runtergefangen. Plunk. Geblendet. Wo ist denn eigentlich mein Chefkoch? Der läuft hier oben rum. Chefkoch. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier einen Screenshot hinkriege, der hundertprozentig nicht funktionieren wird. Weiß einfach nur. Aber ich glaube, das sieht gut aus, oder? Ich mach's nochmal. Bam. Okay. Egal. So. Ähm. Ähm. Ich überlege gerade, was wir machen könnten. Loy. Äh. Wah. Ich bin da hin. So. Moment, Chefkoch, komm mal mit. Warum buggt uns Chefkoch eigentlich nicht irgendwas? Das wär's doch. Oder? So. Ha. Ha. Aber warum hab ich das eigentlich mit, was kann man mit Magic Essenzen so machen? Was ist das hier? Das, als du den Vogel getötet hast, kam das dabei raus? Ja, das ist ein Vogel. Kann man den? Du hast einen Vogel in der Hand. Einen toten Vogel. Du hast einen Vogel gedingst. Was? Oh. Ich will einen Imp töten. Imp, Imp, Imp. Bist du im Neter? Ja. Ohne mich? Klar. Alter. Klar. Äh. Ich weiß nicht warum, aber ich ist irgendwie eine brutale Spinne hingekommen. Schenke ich dir? Naja. Wo war nochmal mit? Dann machen wir immer so eine kolossale Spinne. Was ist denn so ein Christen? Königbaum HD? Alter. Das war noch die mit dem... Ja genau, die hier. Gut. So. Jetzt verzauber ich meinen Nackarmstachel. Oh. Sharpness. Ultra-Undying-Pick-Zombie-The-Slowing-Karren. Was das kostet? B. Wie das kostet. Zensiert. Krass, Alter. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen sollte. Hier ist ein Boss. Soll einen töten. Wo? Im Neter. Pick-Zombie. Ich will es nicht tun. Außer du hast eine Full-Dealer. Ultra-Undying-Pick-Zombie-The-Slowing-B. Und dann ist alles zensiert. Okay. Ach, da bist du Chef drauf. Ach, jetzt weiß ich, wie Trips da auf Chocobie gekommen ist. Wie? Der hat ein Chocobo hier. Und das ist Chocobie. Ist mir gerade aufgefallen. Tobobo. Chef Koch. Ja, Tobobo, genau. Cobblestone-Upraum. Das Ding muss es auf jeden Fall noch geben. Tobobo. Genau. Ich bin ein wildes Tobobo. Fuck you! Bitte. Spitzhacke treut mich gerade. Okay, perfekt. Okay. Warte mal. Die Spitzhacke war auf Slot 1. Ich baue einen Block ab. Die springt auf Slot 4. Ich baue wieder ein Ding ab. Die springt wieder auf Slot 1. Ich baue wieder einen ab. Die springt wieder auf Slot 4. What the fuck? Okay. Tja. Sowas nenne ich professionelles Mobbing. Ähm. Ja. Ich habe gar nicht mehr Ahnung, was das sein soll, über was er da redet, aber du Arme. Du tust mir leid. Ähm. Was habe ich hier eigentlich? Ich habe einen Enchant-Embok, was ich nicht verstehe. Und ich habe Raw Beef. Genau. Du hast einen Enchant-Embok. Kohle, 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 Tollalang. Ihr seid ja schon wieder zurück aus dem Neta. Ein Verzauberungs-Dings. Und jetzt warte ich gerade, dass, äh, was kann man eigentlich mit Kupfer machen? Wisst ihr das? Kupfer. Kupferblöcke wahrscheinlich. Hohoho. Das ist gar nicht. Ich glaube, mit Kupfer kann man gar nichts machen. Doch. Man kann eine Rainforest Copper Chest machen. Das ist, äh, dafür musst du aber erstmal aus dem... Tunnel bauen. Block of Copper. Klar. Unser leuchtender Stein ist dann einfach jetzt hier unser Star-Star-Dings-Dings. Moment, die Treppe ist ein bisschen verkehrt. Ich muss mal ganz kurz die Treppe richten. Es gibt so viele unnötige Dinge, die man einfach hier bauen kann. Und ich verstehe den Sinn davon nicht. Aber okay. Sinn und Minecraft. Heikos Projekt. Wall Project. Hallo. Ich bin gerade am Backen. Mein Kupfer. Nein, ist ja kein Problem. Was gibt es heute zu essen? Kupfer. Kupfer zum Frühstück. Kupfer zum Abendessen. Immer Kupfer. Wow, ja, du hast Neta Quartz gefunden. Und ich habe leuchtende Pilze. Die sind so geil. Du hast eine Hexical Essence. Cool. Okay. Sand. Sand. Wie hat der eigentlich? Hexical Essences? Hat der drei. Okay. Der war überall schon in den Neta und so. Ich war noch gar kein einziges Mal im Neta. Ich gehe jetzt in den Neta. Weil ich beleidig bin. Geh doch einfach. Ja, gehe ich jetzt auch. Ich gehe jetzt in den Neta. Geh doch einfach. Ja. Wundergeschenkt. Ja. Ja, geh. Ja. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Ja, geh. Tschüss. Willst du mitkommen? Ich habe Angst alleine. Hey, Hilfe. Warte, aber bevor ich das mache, muss ich mir erstmal ein dickes Ding kaufen. Warte. Was habe ich denn hier? Smite Unbreaking. Warte Sekunde, ich habe so viele Tias gefunden. Ich wollte gerade aus Erde Stickies bauen. Ich bin auch nicht mehr ganz. Egal. Es ist ein Versuch wert. Hallo? Jeder wollte schon mal ein Erdenschwert haben. So. Jetzt habe ich Diamanten im Nahkampf. So einen richtig fetten Diamanten. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf, Tobi? 18 Minuten. Okay. Wir können natürlich auch gleich schon Schluss machen, dann ist es effizientes Arbeiten. Ich mache Schluss mit dir. Apö. Noch einen Tag länger, ja? Okay. Okay. Warte. So. Was kann ich denn hier? Jeff Koch? Oh ja, what the fuck. Smite. Jeff Koch? Ja. Nein. Ich habe dir mal die andere Axt noch. Kannst du noch ein bisschen weiter noch koppelst und abbauen? Ich komme gleich wieder da. So. Arbeit, Arbeit. Mach ich. Malo, gehst du mit mir in den Nähter? Ich mache schon mal das Eisen schmelzen für neue Hacken. Was? Was? Boah, unser Ding, das leuchtet richtig cool. Guck mal auf unser Dach. Unser Ding, das leuchtet? Ja, das leuchtet richtig krass. Ich bin dafür, dass wir aus den, dass wir noch mehr solche Blöcke machen und daraus so einen Riesenpenis machen. Der leuchtet. Der leuchtet ein Riesenpenis. Das ist definitiv das Ziel unseres Projektes. Warte mal. Ich baue den woanders hin. Ich weiß, wo ich den baue. Warte mal, komme ich da überhaupt hin? Warte mal. Hat jemand zufällig? Ja, ich habe genug Erde. Ja, ich... Das ist jetzt das Projekt. Warte. Tust du da? Auf die... Der ist nicht symmetrisch. Schwul. Egal. Nein, nicht auf die Kirche. Hauptsache, der schmelzt Schnee weg. Ja? Habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann, ich will dich nicht... Nein. Nein, Nase. Ach, wie cool. Ach, deswegen war hier kein Schnee. Sollen wir schlafen? Können wir machen. Seid ihr alle hier? Ich sehe nur zwei. Chefkoch? Chefkoch ist noch drüben. Chefkoch, komm wieder. Ja, ich laufe. Komm, gib Gas, gib Gas. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Na, Malu, du kommst neben mich. Na, wie geht's dir? Ich kann dich zwar nicht sehen, aber... Na, Malu. Okay. Komm, Heiko. Ja, ich warte nur noch aufs Schiffkoch. Bin gleich da, bin gleich da. Da kommt er. Okay, gut. Wir liegen im Bett. Malu, wir können ja schon mal anfangen. Du kennst noch Reds, hier sind Zombies nur bei. Richtig. Ach, das schräge Bett geht nicht. Okay. Geil. Das ist ein Monster, aber bei uns nicht. So, schön. Warte. So, Couple Stone brauche ich noch. Hey. Ich brauche noch eine Menge Holz. Ich gehe mal kurz in den Eter. Mal gucken, ob es da irgendwas Schönes gibt. Da muss aber der Part gleich beendet werden, weil sonst ist immer wieder viel zu lang. So. Ich mache gerade Feldarbeiten noch nebenbei. So, schön. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Soll ich mal Zombie Pigments angreifen? Ich glaube, ich gehe drauf. Dafür brauche ich diesen ultimativen Bogen. Ich versuche den. Okay. Du weißt, dass da aber auch ein Boss rumlungert, der dich dann ganz schön auseinandernimmt. Das Problem ist, ich sehe den Boss noch nicht. Warte, ich komme mit. Okay, das ist irgendwie voll unheimlich. Dadurch, dass das hier irgendwie noch alles ein bisschen Chunkprobleme hat. Und ist da hinten orange und nicht weiter in diese Richtung laufen. Auf keinen Fall. Ja, ich weiß. Ich habe es schon gesehen. Alter, Vater. Komm mal mit. Schön, ne? Ui, wo kommt denn das Ding her? Da, der Pigment. Alter, ich hätte ja richtig viele Leben. Sollen wir? Wir können hier zusammen boxen, garantiert. Aber erst mal das Feuerwerk machen. Oh, das Ding fies. Ich möchte einmal gucken, komm. Trau mich in den Nähter. Nein, meine Axt ist scheiße. Meine Axt lasse ich hier. Tobi, Tobi, Tobi. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Bist du? Ja. Okay. Der Typ hat mir eine lustige Sache gegeben. Wo bist denn du gestorben? Fuck it, scheiße. Wo bist denn du gestorben? Ich bin da runtergefallen. Ich wurde da irgendwie runtergekickt. In die Lava? Ich gucke jetzt mal in den Nähter. Ja. Oh nein. Aber wir haben noch genug Meteoritenchips. Tripster hat doch noch in seiner Kiste so viele. Oh, Geist. Kriegst du garantiert. Das brutal ist aus. Scheiße. Nein. Nein. Scheiße. Was ist? Ich hätte doch zu Hause bleiben sollen. Das Portal ist aus. Hey, ich wollte kurz in den Nähter kommen. Plupp, aus. Oh nein. Nein. Wir brauchen jemanden, der anbekommt. Ja, dann betten wir am besten den Part, weil wir müssen uns jetzt irgendjemanden suchen. Nee, Horst ist doch gerade gestorben. Horst, mach es wieder an. Das Portal ist an. Ja, in der normalen Welt, aber du musst durchkommen. Oh mein Gott. Das Portal, was ausgeht. Geil. Kurz verändern wir. Ah, daneben ist jetzt Neues. Oh Gott, wir werden alle sterben. Okay, ich geh jetzt da lieber wieder mal durch. Ich will meine Sachen wieder haben. Wir holen ein neues Portal. Du kannst dir doch hier neue bauen. Oh ja. So ein bisschen blöd, weil du da auch nach Hause... Du hättest verzaubert, ne? Ja, die waren dick verzaubert. Das waren Meteoriten-Sachen. Okay. Aber du kannst hier aus den Sachen von Trips, da kannst du dir noch mal ein Meteoriten-Risto bauen. Weil der hat noch... Obwohl ich halb 6. Ich habe eigentlich genug zu eigener Dämonen. Dämonen. Was hat der noch? Ne, passt schon. Meteoriten. Ob ich mir daraus was tun darf? Ist der Trips da sauer? Ah. Eventuell. Eventuell, vielleicht würde er dich zerfetzen und dein Warp-Projekt kaputt machen. Würde ich bestimmt auseinandernehmen. Du willst nur den Luftwunscherl verschreiben. Du willst blaue Rände machen? Hast du Essen für mich? Ja. Hier. Komm mal mit dem... Guck mal in die Kiste. So. Oh, da ist Dave. So. Aber trotzdem, meine lieben Freunde, wir müssen trotzdem Schluss machen. So, jetzt gehen wir gleich über die 25-Minuten-Grenze. Das wollen wir doch alle nicht. Das würde ich sagen. Haut rein, meine lieben Freunde und bis demnächst. Tschö mit Ö. Tschö. 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 Achso, ich muss mich noch aus dem Dingsbums rausdingsen. Ja, ich bin im Hauptmenü. Ich noch nicht, deswegen. Ich bin gerade am Disconnecten. Wo ich schon total oft in die Webcam gezeigt habe. Aber jetzt bin ich weg. Tschö.